So Leute, willkommen zu meinem ersten Vlog, beziehungsweise Spiel. Da geht es darum, wir haben mit diesen Kärtchen hier, das stehen Sachen drin, die wir in sieben Sekunden erlegen müssen. Als Gast ist heute dabei meine Stiefschwester. Hallo. Hi. Wir werden das jetzt spielen. Das war das Video, dann wird es hochgeladen und das ganze Drum und Trab. Jo, viel Spaß. Wer fangt an? Du. Immer. Ein Liebeslied komponieren und singen. Das Problem ist, die hat das so zusammen, zusammen so einfach so geknüllt und auch in Schreibschrift geschrieben und wenn es zusammengeknüllt ist und in Schreibschrift geschrieben, kann ich diesen Scheiß nicht lesen. Du musst ein Liebeslied komponieren und singen. Schon wieder. Ja. Okay. Viel Spaß. Das hier. Ich tue. Ich tue. Oh, Baby. Ich liebe dich. Du bist mein Schatz. Ich liebe dich. Stopp. Ja, jetzt bin ich drauf. Bitte Knie beugen. Bitte Knie beugen. Bitte Knie beugen. Fünf Fans aufzählen. Okay. Maroon 5, One Republic, The Beatles, One Direction und, 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 und. Take that. Sieben. Geschafft. Soda. Wir Knie beugen. Wir Knie beugen. Wir Knie beugen. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Ich tue. Oh. 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 Sag wenns geht. Wie geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei 5 war ich fertig. Einverzeichnen. Nein. Kann ich das nicht bekommen. Du musst ihn dann. Wenn ich sag. Jetzt. Ende. Wow. Wie vorher. Was hast du vorher? Seht ihr das? Juck. Ey, das hat sie vorher, genau so fast, hat sie das vorher auch gezeichnet. Moment. Na jo. Ist schon schöner, boah. Sie hat Ösi-Time. Sie lebt auf YOLO. Sie hat Ösi-Time. Du bist. Ey, wir haben das vorher mit meiner, mit meiner kleineren Stiefschwester aufgenommen. Die hat die Kamera so gehalten und so, halt so. Ähm. Und dann. Ist voll kalt geworden. Dann ist das voll scheiße geworden. Weil, äh, ich wollte den Abspann machen. Und auf einmal ging sie rein, hälte die Hand davor. Richtig scheiße. Das war Tungel, kann du mich mal beschreiben. Ja, nicht eingeben. Und was war das, das, oder? Ja, viel Spaß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fertig. Das ist doch toll. Vorher, wie meine große Stiefschwester das gemacht hat, habe ich sie gefragt, ob das heißt, dass sie schwanger ist. Okay, ein Wort leise sagen und der andere muss erraten. Äh, hier, warte, was ich dann zu überlegen? Warte. Okay. Geschlechtskrankheit. Hirschgeweih. Wow. Okay, du. Okay, da kommt man auf ganz komische Worte. Du, äh, äh, lieben. Ich gebe her. Den anderen zeichnen. Viel Spaß. Oh, das wird aber leicht. In den Sekunden. Warte. Warte. Du musst es so machen. Warte. Sag, wann es geht. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wow. Schaut aus, wie wenn ich Schnauze hätte. Warte. Ey, ich jetzt. Leute. Was sollst du meine Stiefschwester? Schon vergleich? Das ist geil, oder? Sieht mir ja echt ähnlich, ne? Ja. Richtig. Richtig schön bist du. Ja, schon. Ich finde dich auch. Schmunzel. Danke. Meine Familie zeichnen. Wo ist der Stift? Keine Ahnung, wo hast du den Bindertal. Wer denn dazu kommt? Da. Ähm, Familie, warte, das muss ich mir überlegen. Ja, okay. Jetzt? Jo. Ende. Bin nicht fertig worden. Lass drauf. Danke. Bitte. So, du bist... Sie hat mich angemalt. Jetzt wirst du dran sterben. Mhm. Zieh. Oh, danke. Fünf Songs aufzählen. Oh. Jetzt? Songs. Songs, Lieder. Okay. Eins, zwei. Zehn. Drei. Schlechtes Vorbild. Äh, geboren, um frei zu sein. Drei. Okay. Steal my girl, my changing, and you. Scheiß auf One Direction. Maps, Payphone, 100.000 Lieder. Wer von euch mag One Direction? Ich? Der schreibt in die Kommentare, ja oder nein. Wer? Ich werde dir dann nächste Woche sagen, oder wenn wir telefonieren, ja, was. Okay. Mach das aber wirklich, weil ich will dir das dann nächste Woche sagen. Schick mir einfach einen Screenshotdown auf WhatsApp oder irgendwas. Hast du den Worten erklärt? Okay. Du musst schon. Ähm, er hoppelt, seine Ohren nennt man Löffel, er hat ne Blume. Er hoppelt, seine Ohren nennt man Löffel, er hat ne Blume. Ende. Zehn Kärtchen. Wir haben noch, ein Flamm. Eine Witz erzählen. Frosan. Ich ziehe gleich. Die nachfolgende Sendung, muss ich leider noch auf sich warten. Okay, dann mach ich, statt eine Witz und vor. Ja, zwei Römer stehen in der Wüste, sagte eine, wir müssen die hier viel Schnee haben. Alles gestrahlt. Trotzdem, muss ich jetzt den Schluss noch machen. Die letzten Weißen, wie bekanntlich die Hunde... Beißen Sie sich in der eigenen Schwanz. Beißen Sie sich in den Zungenbrecher sagen. Okay. Alles gestrahlt. Ja, stopp' mal. Ich hab noch nicht gesagt, was los geht. Jetzt geht's los. 100.000 Minuten hinter 100.000 Minuten her. Das war genau fertig. Okay. Das war's eigentlich. Leute, wir haben nichts mehr. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Meine Hand. Yo, Leute, das war's. Danke. Du hast das Schlusswort. Es hat mich wirklich frei mit dem Mega Gamer Mani ein Video zu trennen und das hat wirklich... Das bin ich. Yo, Leute, das war's. Das war mein erster Vlog auf Mega Gamer Mani. Ich habe ja mal angekündigt, dass ich ne Real Life Serie machen werde, wo ich mich einfach filmen, zum Beispiel bei sowas. Oder Longboarden oder Radfahren oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war der erste Vlog auf meinem Kanal von meiner neuen Serie. Mega Gamer Mani in Real Life nennen wir die jetzt einfach mal. Yo, das war's. Wenn ihr euch gefallen habt, gebt einen Daumen nach oben und nicht vergessen, schreibt rein, wer Run Direction mag und wer nicht. Ähm, nächste Woche werde ich das dann meiner Stiefschwester dann über WhatsApp oder anrufen und ihr das dann... Ja, doch, dirps letzte Wort. ...und ihr das dann sagen. Das war's mit der Folge. Haut rein bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye.